hier leute willkommen zurück zur tollfall tropper und mit marcus und mir und hier kann sich sein dass server funktioniert das wenn wir scheiß schon mal wieder moment ich bin auch im gamemode missgeboten ja du hast ja so ja wo ist das ding bitte hey jetzt warte mal marcus hier ist nichts das geht noch weiter mag das denke ich oh nein ihr seid scheiße wie behindert ist die kacke drei fucking wie behindert ist die kacke ja mit gamemode ging es einfacher ja mit gamemode ging es einfacher oh man da rein denn nicht und man mit neuer grafik hat spiel ich schlechter als vorher also es gibt drei wege und zwei sind tot oder so haben wir schon öfters mal gehabt so eine tote wege und du schmierst gleich wieder ab junge ja tötet euch mal unten ich bin so unfähig warum ist deine unsichtbare wand wie behindert ist denn das ich bin so unfähig leute jetzt runter das ist äh ich hatte diese map jetzt schon ah ah ok ich habe die nicht gefunden marcus wir verstehen kein wort von dir halt die schnauze alter ist das behindert das wird noch richtig behindert das hier ist noch easy mode alter hier am anfang ohne miss marcus kilt marcus ok aber endlich ich bin unten und ich heiße da unten futter kommt der richtige fick das hier ist alles nur aufwärmend was sind das für ein kopf wo hier rum springt also hat jemand abgebaut skelettschädel nein der springt immer wieder so was muss ich jetzt machen sweep pass must see beware not for week one of the gold and tour to death frank is after your last breath links rechts oder geradeaus was habt ihr genommen ich habe einen weg gefunden und ich habe ihn auch noch überlebt left aber i don't know is new school and bones never slow you down get ahead and hey cool ich habe licht angemacht na super jetzt wollte ich in die lava teleport auch leck mich die odel katapult habt ihr habt ihr euch euren spawn pointe unten gesetzt das gefällt mir nicht mir auch nicht markus oder alle die klappe ist ja keine ahnung nein der ping ist gut dein ping ist perfekt eigentlich so redet auch du redest auch total normal jetzt wieder ja so nein 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 weg und hier sind bläder passiert da und klug behind hier was der foto niemals hinter dich gucken alter wirst du mich verarschen left ever right choose your only on the open the door lappen ging an das spiel verlassen aber er ist denn wieder gescheuert das muss man auch erst dann noch schaffen nein noch mann alter haben wir leben geht nicht das ist so behindert hier das ist so behindert choose left or right photo ist richtig behindert ja aber ich habe es schon einmal geschafft und ich habe es wieder geschafft echt ich bin so geil oder ich bin so geil alter wenn du geil bist musst du deine freundin kann ich nichts machen so geil alter aber weißt du was noch viel behindert ist der nächste sprung wird einfach noch beschissen als der ich ich werde vielmehr sitzen wenn man die erste ist die höre geschafft hat und sport freund ich bin wieder tot und wieder ganz am anfang na eben ich verpackt mit dem anfang immer der anfang habe ich inzwischen fast aus wenn ich darauf nach geht man schlägt nicht rum danke du times immer wieder kurz aus so keine ahnung ich sehe dich nicht markus ja doch da wirst du ich habe mal auf die seite habe ich jetzt mal die andere seite vielleicht ist die besser wieso habe ich 30 schädel darf nicht auf das scheiß auge springen was zur hölle ist das hier wo ich leben warum auch immer weiter scheu ist es hier um nach der markus ist gerade für left or right ja ich habe mir geleckt ja wir sind wieder hinter dir keine sorge aber dann jungs geld hier peace mode ne ja ist die frage wollen wir den zwischencheckpoint machen ja ja aber ich dafür aber dann wird teleportiert mir mich hin hier ja du brauchst nicht ich bin gleich wird da mich ist der affe ich bin voll erschreckt alter ja eben wie so kleine muschile oh 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 ich sehe eine seite behindert alter die sind alle behindert boah ich kann wieder nicht spawnen ne die seite mit den ender augen ist richtig behindert ja die mit den ender chats so jetzt kannst du mir schlagen die seite mit den ender chats ist so behindert seitdem die ender chats ist echt alter ist die behindert aber ich glaube es ist die richtige ich glaube es ist die richtige nein die der hüben ist richtig ja oh ich hab's geschafft und ich bin tot jetzt verstehe ich ach du scheiße wenn du da durch bist kommt einfach noch mal so ein raum der der noch mal anders habe ich gestreift ist dann musst du einfach wieder so einen komischen fall überleben natürlich nicht ein bisschen unten oh mein gott ich mache ja die andere seite die andere seite ist auch so richtig creepy alter du springst du auf so einen komischen gelettkopf und auf einmal kommt da ein raum der hat so ganz viele der komplett gelb weiß gestreift und du fällst einfach einmal so in den gelb schwarz gestreiften tunnel runter musste irgendwelchen gelb schwarzen hindernissen ausweichen die du fast nicht siehst weil die ganze band gelb schwarz ist was labert der ich habe keinem vorzug ohne scheiß spring mal die andere seite ja bin ich jetzt gerade weil die andere seite ist tot nein die ist nicht tot doch die eine seite ist nicht tot mann die ist nicht tot alter ich hab's doch jetzt schon dreimal in diesen komischen gelb schwarzen raum ja aber die seite wo wir der marcus und ich benutze haben die war tot ja natürlich ist die tot das habe ich euch schon gesagt dass die tot ist aber mir wollt ihr ja nicht glauben aber die seite hier ist einfach richtig behindert schwer die andere ja du musst da oben direkt durch die kante springen du musst durch zwei nasen treffen und dann musst du den nächsten voll noch zu bleiben ich habe ihn zerbreit und nein und jetzt kannst du das dinge auch noch jetzt kommst du schneiden dinge auch noch hier ist einfach alles direkt hintereinander gesetzt super ist laut meinem app nicht grafik einstellen schnell ich habe schon schnell und 21 jahre ich habe gewonnen ich habe gewonnen hat mich hast du auch den komischen sagt bei den schweren suchen wir die nicht mehr wasser sicher mal denkt also die jahre ist klar leck mich n so das heißt jetzt mal wieder ja teleportier mich mal ich war gerade getot was gerade getot ja und jetzt wie heißt das ding jetzt da wieder was zu hölle machen sie es wieder weg ja weil ich hier alles leckige ist so haben wir jetzt hatten das war jetzt zehn minuten ja dann keine ahnung ja kappen lieber wenn sie nicht da wahrscheinlich wieder ewig lang und es war noch länger wie zehn minuten oder 12 minuten ok ok gut dann katt trotzdem und das nächste mal machen wir mal bis gleich und tschüss